Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Zungenküsse in den dunklen Hauseingängen, ein Nebelhorn tutet wild und kalt, ein Polizist leuchtet über meine Schulter. Ein Küstenwachboot taucht auf, schnell und leise. Über meiner Schulter siehst du nur die Positionslichter. Kein Geld in der Tasche, unsere Jeans zerrissen. Deine Hände sind kalt, aber deine Lippen sind warm. Sie kann ihn auf der Mole sehen, wo sie immer gingen. Sie fühlt ihn in den Kneipen, wo die Seeleute sind. Wenn sie am Ufer und an den Gleisen entlang geht, sie hört ihn immer noch flüstern. Lass uns zum Wasser runtergehen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 bringen Marks Lieder plötzlich wieder Romantik, Großstadtpoesie, ohne die Schärfe seiner Erinnerung zu mildern. Wie seine Musik im Rhythm und Blues der 60er Jahre wurzelt, so wendet sich Mark im Text den persönlichen Geschichten zu, lehnt er die verwaschenen Allgemeinplätze der Rock-Songs der 70er Jahre ab. Er spiegelt seine Jedermann-Umwelt, begreiflich und fassbar. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020